Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und genießt die Zeit mit euren Liebsten. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich laufen heute das Traumschleifchen Fischerberg. Diese Tour hat etwa fünf Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Ein Gemäuer, heute laufen wir ein kleines Traumschleif. Gemäuer. Ja. 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 Die Dore. J layers India. Ta dem ear grows. Die Dichtung undая. Ta den. Die Dichtung. Gute Jochenlara. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Strom Schirr Krampus Olicie Kurar Psych각 Noch etwa einen Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Es war eine schöne, gemütliche, kleine Herbsttour. Sie hat uns richtig gut gefallen. Keine nennenswerte Steigerung. Sie ist definitiv familienfreundlich. Wenn euch diese kleine Wanderung auch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis dann. Ciao, ciao. Alle machen's gut. Ciao und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Noch keinen Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour ist... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017